Bei mir im Studio ist jetzt Franz Fiedler, Lange Rechnungshof-Präsident und Vorsitzender der Antikorruptionsorganisation Transparency International in Österreich. Guten Abend, Herr Dr. Fiedler. Herr Dr. Fiedler, ich möchte gleich mit dem Schluss des Beitrags beginnen. Wir lernen da heute im U-Ausschuss, die Rechtsabteilung der Telekom hat den Entwurf für das Telekom-Gesetz 2009 sich offenbar selber geschrieben. Und auf dieser Basis wurde das Gesetz dann ausverhandelt. Ist das normal? Also ich betrachte das nicht als normal, möchte aber auch nicht sagen, dass das eine so große Ausnahme ist. Ich gehe davon aus, dass andere Unternehmen auch gute Kontakte zur Politik haben und in dieser oder jener Richtung Einfluss nehmen, wie die Formulierung eines Gesetzes oder einer Verordnung aussieht. Und wir sind gerade im Stadium, dass ein Lobbystengesetz beschlossen werden soll. Und es wäre mit eine Aufgabe dieses Gesetzes, dass derartige Sachen transparent gemacht würden. Ob das nun dann der Fall ist, das wird man sehen. Nun hat die Telekom laut Zeugen im Untersuchungsausschuss den BZÖ-Wahlkampf von 2006 für das Parlament mit rund einer Million Euro über Scheinrechnungen von Firmen finanziert. Ist das jetzt nur politisch extrem fragwürdig oder ist das auch strafbar? Also es ist jedenfalls ein Verstoß gegen das Parteiengesetz, das allerdings bedauerlicherweise in Österreich, anders als im Ausland, keine Sanktionen vorsieht. Es kann aber sehr wohl auch von strafrechtlicher Bedeutung sein, wenn es sich darum handelt, dass die Gelder ohne erkennbaren Nutzen gegeben wurden und damit zum Schaden der Telekom. Und das könnte dann auch bedeuten, dass man gegen diejenigen, die diese Geschäfte abgeschlossen haben, also die ehemaligen Geschäftsführer beispielsweise oder sonstige Angestellte der Telekom, auch von der Telekom Schadenersatzanforderungen stellen könnte. Das wäre durchaus denkbar. Aber warum sollte die Telekom eine Partei sponsern, wenn sie keinen Nutzen davon hat? Oder anders gefragt, was könnte denn das Interesse der Telekom daran sein, den Wahlkampf einer Partei zu finanzieren? Also es könnte zum Beispiel darin bestehen, dass man sich jetzt ohne, dass eine konkrete Gegenleistung erwartet wird, sich die betreffenden Politiker geneigt hält. Gewogen hält für den Fall, dass man sie einmal benötigt. Und das wurde im Jahre 2008 als sogenanntes Anfüttern unter Strafe gestellt und bedauerlicherweise im Jahre 2009 über massive Intervention, unter anderem der Wirtschaft, wieder außer Kraft gesetzt. Und es erscheint mir geradezu symptomatisch zu sein, dass auch bei diesen Mails, die jetzt aufgetaucht sind, davon die Rede ist, dass man die verschärften Korruptionsbestimmungen des Jahres 2008 entschieden bekämpfen würde. Und tatsächlich war das auch mit Erfolg gekrönt, denn 2009 ist eben diese verschärfte Bestimmung wieder abgeschafft worden. Wenn nun im Jahr 2007 ein aktiver Nationalratsabgeordneter bei einem Unternehmen in Staatsbesitz, also konkret bei der Telekom, um Sponsoring für die Band seines Sohnes anfragt, das dann letztlich nicht zustande gekommen ist, wie diese Mails in News zeigen, macht sich da jemand strafbar? Also das glaube ich nicht, dass es eine gerichtlich strafbare Handlung darstellen könnte. Vielleicht mit gewissen Ausnahmen, aber da müsste man die näheren Umstände kennen. Grundsätzlich würde ich sagen, dass es das nicht ist. Also das darf man. Sondern das ist an sich durchaus zum Jahre 2007 üblich gewesen und ist vermutlich auch jetzt noch üblich. Und der einzelne Abgeordnete, und das ist ja das Bedeutsame bei unserem Parteiengesetz, das ja an allen Ecken und Enden mangelhaft ist, dass es einzelne Abgeordnete überhaupt nicht erfasst. Das heißt, das Sponsoring und die Hingabe von Geldern an einzelne Abgeordnete, einzelne Politiker, ist nicht vom Parteiengesetz erfasst. Und das ist natürlich ein Schlupfloch. Das kann man benutzen und wird ja offenkundig auch benutzt. Ist nicht strafbar. Jetzt sieht das Parteiengesetz vor, dass Großspenden an Parteien zwar nicht öffentlich sind, dass die aber, wenn sie über 7.000 Euro sind, an den Präsidenten des Rechnungshofs gemeldet werden müssen. Der darf aber damit nichts anfangen. Der darf sie nämlich nicht veröffentlichen. Jetzt waren Sie lange Präsident des Rechnungshofs und haben diese Listen jahrelang bekommen. War das eine befriedigende Lösung? Also die Lösung ist in keiner Weise befriedigend. Denn erstens kann der Rechnungshofpräsident nicht alle Spenden gemeldet bekommen. Ausgenommen sind die Spenden von öffentlich-rechtlichen Körperschaften, also zum Beispiel den Kammern, oder von beruflichen Interessenvertretungen, also Gewerkschaft oder Industriellenvereinigung. Das heißt, hier ist schon ein wesentlicher Teil, der überhaupt nicht von der Meldung erfasst ist. Zweitens kann der Rechnungshofpräsident keine Überprüfung vornehmen, ob die Meldungen, die ihm zugehen, richtig und vollständig sind. Und drittens kann er, selbst wenn er draufkommt, dass sie nicht richtig und vollständig sind, nichts damit machen. Er kann es nirgendwo melden. Er ist zur Verschwiegenheit verpflichtet. Und letztlich, und das halte ich für ganz besonders nachteilig, gibt es auch keine Sanktionen für derartige Falschmeldungen oder unvollständige Meldungen. Und damit haben wir ein Parteiengesetz, das vielleicht eines Dritte-Welt-Staates würdig wäre. Und das wäre vielleicht auch schon eine Beleidigung für den Dritte-Welt-Staat, aber nicht für einen europäischen Staat. Hatten Sie manchmal den Eindruck, dass da Meldungen, die Sie auf den Tisch gekriegt haben, möglicherweise nicht ganz sauber sind? Man hat natürlich gewisse Verdachtsmomente, wenn die gemeldeten Beträge sehr gering gewesen sind. Aber man kann nicht nachforschen, man kann nicht überprüfen und man kann, selbst wenn man einen Verdacht hegt, den niemandem gegenüber äußern. Letzte Frage noch. Was ist denn bisher sehr genereller Eindruck aus den Ermittlungen im Untersuchungsausschuss bzw. über das, was wir bis jetzt über die Telekom gelernt haben? Also der Eindruck ist verheerend. Es ist eine Verluderung der Politik, der politischen Landschaft und, das ist besonders korruptionsanfällig, des Verhältnisses zwischen Wirtschaft und Politik. Und es müsste ehestens dafür Sorge getragen werden, dass dieser leichtfertige Umgang mit dem Parteiengesetz bzw. auch mit anderen Gesetzen endlich abgestellt wird. Die Selbstreinigungskraft der Politiker war offenkundig nicht groß genug. Es bedarf hier strenger gesetzlicher Regelungen, wie dies andere Länder haben, um drei Grundprinzipien in der Parteienfinanzierung, was die Spenden anlangt, zu erhalten. Das ist erstens Transparenz gibt es bei uns so gut wie nicht. Zweitens Kontrolle gibt es überhaupt nicht. Und drittens Sanktionen gibt es auch nicht bei uns. Wenn diese drei Prinzipien nicht ehestens in Österreich eingeführt werden, dann werden derartige Fälle, wie wir sie jetzt im Untersuchungsausschuss immer wieder erleben, auch in der Zukunft nicht aus der Welt zu schaffen sein. Herr Dr. Fiedler, vielen Dank für das Gespräch. Klare Worte. Danke für den Besuch. Herr Dr. Fiedler, vielen Dank für die Gespräch. Herr Dr. Fiedler, vielen Dank für die Morgen.